neun leute herzlich willkommen zu einem neuen let's play von payday 2 mit dabei ist der linken und der mekka mein wir spielen die missionen fürs world bank auf den schwierigkeitsgrad schwer ist das schwerste zeit ist egal dass ich mit level 1 die scheiße machen wir weg sonst kommt die gema was gab es kein overkill warum hast die ki an ist doch egal oh gott ist dann habe ich kein payday mit dem spiel was soll ich denn sagen es geht mir gerade genau so der studie kommen ich mache die scheiße ja das ist hier wahrscheinlich sollte ja maske ich setze ich die auf geht genau und wir schießen nicht die zivis das kostet geld weiß dass das geld kostet auf zivilisten zu schießen weißt du hast gesagt zivilisten kosten geld wusste ich nicht ich habe auch die bankkarte ich kann nicht so und so öffnen wer seid da hinten gott eh ach ne tschuldigung äh wir sind jetzt die ausrüstung wo was macht die denn da ähm ich such den raum der müsste ja noch oben sein jawohl bei mir so untergefallen ich habe ihn aber ich habe die schlüsselkarte nicht äh ich komme doch nicht ich komme sofort ich komme sofort ich komme sofort ich bin da oben jetzt ja ich komme auch ja äh ja ja wir haben hier ein super gesprächsthema jetzt sowas zu dritten wissen alles über was wir laufen das ist super die polizei was macht kam ein da wir haben immer unsere unterhaltung so schickt die polizei mehr einheiten die hat ach so ja obwohl sie schon millionen von leichen produzieren das verstehe ich bei payday nicht äh jungs mal wo habe ich ja 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 weil er auch einfach auf dem krass vergess dich du hast kannst du ein das ich bin ich bin ich bin doch nur mit den anderen was ist denn stimmt ah Gott schilder wieso kommen jetzt schon schildern da hinten ist ein Täter Achtung immer kurz hoch ja ja heute kam die zweite Phase von Rainbow Six Siege scheiße ey okay ja so ne scheiße stimmt hab ich fast vergessen weil wir jetzt versuchen täglich rainbow six zu bringen fehlt mir noch ein paar voll ja das stimmt das ist halt äh ja dein Problem dann nein Spaß ähm weil da was da unten rumläuft ja von Geider ist jetzt heute Fetch Day bei Payday bei Payday schon bei Rainbow oh Gott das schlicken wir auch mal äh eh 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 oh Gott danke oh Gott danke cool also diese kleinen Pakete könnt ihr später ähm ähm cool crime.net äh gegen Aufsetzungen so Kram eintauschen oh Gott Taser 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 T Taser 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 T erschossen ja die P90 ist von schuld ja die P90 ist voll geil du hast sie niemals oh Gott Flash selbst gesessen boah alter ah shit jetzt hört man Fane's Tastatur ja was ist los hier ey, wie wir euch sehen also ich guck mal in den Scharfschützenraum leute ja unbedingt eine andere Waffe ey Waffe ist so mies ja du kriegst nach der Mission eigentlich gut Geld denk ich mal äh 1,1 ja dazu gehört das Fortgeld ja kann einer mal Muni Pack legen ja ich muss nur überlegen wie das war ah ja äh liegt hier hinter der Couch ah schon wieder kaputt ach ich werd schon wieder beschissen ja ich mach schon ja wir müssen jetzt eh machen zum Computer naja stimmt ja wir können ja das unten schon mal fertig machen oh Gott fehlt einheiten down oh Alter was da alles grad reinkommt wie viel Munition hier gibt ein Traum wir gehen mal nach oben hinter mir hinter mir hinter mir hm 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 ich bin blind schon wieder Scharfschützen wenns piept einmal wegdrehen piep ich bin oben hm hm ach läuft schon Taser 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 ja er hat mich au 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 oh das brennt so oh schon wieder ne uh geht nicht ich seh nix oh ok es wird wir haben mich schon wieder voll erwischt mit der Blindplanate ja kam er ins erste Folge heute oh ich muss nachladen zum ersten Mal ja das stimmt oh Gott was war das denn ach so schon wieder ne bang Taser so 50 Sekunden noch dann musst du einfach durch auch wenn ich hier nicht hin muss auch wenn ich hier nicht hin muss aber mit Q kannst du ähm Laserbeute anmachen und raus machen ja oder hier kommt einer mit Schild hoch ja Taser und Taser Taser ist fort hab ich da war auch eben grad noch einer mit Schild ja ja so so muss jetzt eigentlich fertig sein ne ich mach mal drauf 10 Sekunden noch ja kann ich schon mal runter gehen ich schalte hier unten aus ok bin unten Aua ich auch ich komm jetzt auf ja ist fertig ja bohrer ist auch 30 Sekunden noch 30 Sekunden noch so arm juckt ja was ja wieder Sniper alter ja ja ich nur jetzt ja ich nur jetzt da oben ran die Hälfte ist äh Rüstung ist weg ist weg ist drei ist weg ist drei ist weg nutzer schützt das nutzer oben hinten keine Ahnung ist da oben ist da oben Taser oben ach nur ein Taser von links von links ich glaube wir können rein ist ok brauchen wir hier überhaupt DINGS hm kommste achso ja klar aah Taser Taser wowowowowowowowowowowowowowowowowow wäre wäre da oben auf ne hä wo ist der nicht habe ihn ne ja ja doch jetzt kann man laufen du wieder so komm 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 durch komm komplett durch so der Bot liegt er steht ja ich hab ich hab ich bin noch mehr der hat den angestimmt er hat die Leute anschreien was schlimm ist der Bot kommt nicht ja ich lass den Bot Bot sein das ist ein Problem unser ja aber den Kanister legen ja ich komme sofort mit den anderen Bot kommt jetzt sind die Feinde wieder alle weg ach da liegt Geld wir hätten fast noch Arme und Geld hier verbrannt Cartmine was ja einmal für dich oh ok ja das war ich dir erklärt habe vorhin davon hast du mehrere dabei ja das ist ein Vorteil erstmal hier granate hindern bumm wir haben ja du hast ja alles kommt in den Garten woher das ist wie ein Moment wo du dich fragst wo kommen die ganzen Polizisten her ja ja äh du weißt du kannst hier auch auf deiner Seite ziehen ne ich klo mich doch schon drum Taser 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 knall ich zum Boden ruhig da 때le��면 so soo also 4 polizisten da kommen viele tot die auch einfach liegen das stimmt schon 4 staaten aus amerika 4 staaten aus amerika? die haben halb amerika im arsch glee aber hier bin wir langsam weg ey was? ja einer ist hinter mir willst du einen haben oder was? ne ich hab hier grad einen hier ich hab einen da ist noch zwei ich weiß komm hier, hier hab ich einen von den dicken jungs ja zwei mit schild drüben rechts auf der rechten seite die sind nicht gefährlich oh granaten werfen muss ich auch nochmal lernen Achtung nein, keine Munde überhaupt hier ist zu viel weg boah ist doch nicht schuld achja hoffentlich ist jetzt mal Ruhe ja ne okay boah der traum schwindet ja eindeutig der schwindet da wir sind durch und die müssen jetzt juggernaut sein da wir sind hallo ist hier jemand? hallo den niemanden nein, den braucht es gar nicht Kettensäge doch rum oh jetzt hab ich den ja oben ja hatte ich den gebraucht ich will wahrscheinlich zwei missionen in eine folge spüren oder? ne die eigene mädchen hat mich achso achso boah mach mal wie das wie bei rainbow ja wie cut nach einer mission ist ende und dann die neue die neue neue aufnahme machen wird ja ja okay oh gott oh gott taserbetreppe nicht nur taser nur einer nicht rausbringen doch spring raus laser um hey achtung ja ne wo lackiert ist er ja ist schon tot hier hoch um eine treppe und ich schmeiß sie hoch ja mit rückendeckung mit level 1 ja taser muss nachladen verdammt aber da ist auch einer hier ist auch einer mit dem Schild hm ja ja okay rückendeckung wird erstmal nix wieder ein taser das hier noch keine hohen Stromkreuz machen das wurde halt nix ich bin aber sauer mit der Pistole du hey hey du kennst mich weißt was ich alles mit der Pistole geschafft hab oh einer mit Schild ich treff das doch nicht siehst du hahaha der macht nix ja ich treff das einfach nicht ich hab doch gesagt ich schaff das mit der Pistole bahnruhe guck ein bisschen auf die Tür ne ja ich hab mich mal nehm mal ein bisschen Munition für mein MG ok wie soll ich die kann ich ich lege ja alles klar ich kann Korbe abwerfen da kommt was dann ja dann guck mal rein bitte ja ihr habt die Neigung immer zu sterben das ist ein bisschen lang das ist ein bisschen lang der C4 holen aus dem Lobby ja da liegt hier erst ja oberkill weiß es auch ganz genau laut und war hier wo sind die ganzen Taschen hin die sind alle den Schacht drunter oh achso hast du noch einen auf dem Rücken ja welchen Schacht sind da ja dann muss ich rein schmeißen ja nach hier genau ah hätte ich das neu auch nicht nein nicht wirklich jetzt gib mir die Tasche jetzt hm schon besser jetzt wollte ich schon die Fallschulstacht runterspringen raus ich bräuchte mal hier noch ein bisschen zu unterstützen ja ich krieg euch alle und das mit der Pistole was 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 wo ist das den nicht ich hab ihn au au lass mich lass mich in Ruhe kam ein vorgehen bitte kann grad nicht au 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 ich bin grad zu stark geschossen zu vorgehen ganz schnell die seien einen ab deine Witze werden immer schlechter aber die die haben gerade einen abgeseilt Achtung flach wird Füße hoch ja kann ich nicht in unserem Schreibtisch boah jetzt bin ich schon ja blind wo seid ihr ihr geht nach oben oder was ja kann auch noch mal so gehen ah Taser 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 oben ja ich wo bist du hier der Taser hat schon wieder losgelassen wie viel er hängt oh schon wieder ein Taser wie viel ah Gott oh Gott hallo ich seh nichts meine Güte die Taser Vögel gehen mir echt auf den Sack so jetzt kommen wir hier durch oh Toilette auch hier hat er gesehen wie er einen abgeseilt hat alles klar und so fällt sich die Leute nicht immer auf dem Klo beobachten ähm such dir mal ein Päckchen und mal hier Päckchen finden also ich nehme lieber Geld mit als ein Päckchen da diese Päckchen für die Waffenaufsätze ja ich weiß ja ich weiß hier haben wir ein Päckchen äh hier haben wir ein Programm auf dem was wird denn da wohl schwingen hm kann ich nicht lesen ob wir auch im Buch spielen können wir es nicht lesen nicht wirklich ja was in der Bühne so oh hey so das dauert noch ein bisschen ach ja ich schaue mal hier auch schon ich mach schon ein Wort ja komm die Polizei oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh hier ist ein Taser ich würde ja glatt sagen geht schon mal runter aber es dauert noch lange oh ich drück schon wieder hey guck mal die unzerstörbare Scheibe pack auf hier guck ja 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 ich mag den Baby drauf die ist so das ist äh Kunst ja Panzerglasmeister Granate blind ah ich bin noch nicht ganz blöd ich schieße weiter eigentlich muss ich ja nur sehen sie dass ich deine beiden Polizisten hier hinten wo uns ja die blauen markier ja die blauen ja die blauen sind unsere ach schall so ja die alle her die Kloversammlung das liegen Rebo Sticks alter die pushen dann auf einmal die Zeit knapp werden ich verprügeln ich verprügeln sie einfach alle aha wir haben hier einen Billigsprober von Ikea der irgendwie nach 5 Sekunden wieder aufhört zu bohren auch auch so wild komm mal guck mal hm guck mal den alten PC an sehr keine Zeit schau mal diese und also es ist sauber wie können wir kommen die alten Dinger da an h 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 dieser laden wird dichtgemacht ok also so nicht meine freunde so nicht also würde ich hier arbeiten würden sie alle schön arbeitslos sein also wenn ich hier arbeiten würde ne dann würde ich aber dafür sorgen dass das Klo nicht so aussieht mit nem Loch in der Wand also ich bitte dich ich würde so ein plumpes Klo mir ins Büro stellen den Dixi ähm ähm was machst du da? das sieht abweg aus äh Egan was schicken wir mal nachher so nen Screenshot davon irgendwie auch erfunden hehehe sag dir ich hab gedacht ich nehme nur den Express ja ist klar fansprintet ja ist klar ich hab mal so die letzte und weg guck mal der Müllwagen Mann Müllauto tut 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 da kommt ja dann lade ich wieder ein ne ja nochmal neu ich will euch noch in die Tasten gewöhnen hier F nehmen G werfen äh also F nehmen und Alt werfen ist es dann ja kommt doch an wie du es belegt hast ne ja richtig hab ich doch gesagt hast du mir nicht zu 89 da fliegen die Taschen das kannst du werfen komm mal an wir stehen dort du wirst 7.500 Dollar pro Tasche gut gefällt mir da muss man das mal auf Oberkill machen hier war die Minigang in Rackenwerfer mit von einer Attacke für das mal das Müll äh das Geld in den Müll geschmissen ne da ist unser Fluchtfahrzeug das Müllauto in Geld geschmissen meinst du ja genau ja wir haben jetzt so 260.000 Juhu Statistiken Holzbeck so beschleunigt das mal also siehst du für Karl Mainz jetzt eine halbe Million er gemacht hat hm ja knapp so für mich ist es ein Level Up für Karl Mainz bestimmt auch 2-3 Level ja toll ich hab Minus EP gekriegt wegen Level Grenze ah das gut ja kriegst du manchmal so soll ich zum Payday gehen Level 2 Level 3 also es ist wie er so ein Moment ja ja ich sag grad ein paar Level auf 5 6 ach diese Coins die du gleich kriegst ähm die kannst du uns später beim Modication der Waffenverwendung die Aufsätze zu kaufen ok so wieviel Level hast du jetzt mittlerweile schon ab also ich bin grad schon 10 Level aufgestiegen mhm 11 oh jetzt 12 hast ja bald Prestige dort ist klar ja ja wenn er jetzt auf Overkill oder Toastmode machen würde würde er wahrscheinlich im 20-30er aufsteigen also das reicht schon hier kann ich da so überspringen damit ich das Endergebnis hier ja Space gedrückt halten müsste auch unten hier stehen ja Level 18 alles klar ja ich hab von den EP gar nichts gewonnen ich hab von den EP gar nichts gewonnen ich hab das gemacht ja 438.000 Dollar hab ich jetzt so dann geh ich zum Payday jetzt ne damit ihr Bescheid habt ja ja jo oh unser Lieblingsspiel-Fan äh nimm in den Müsse es rappelt in der Kiste nimm in den Müsse und oooh ha ach ach ich krieg EP 4.000 ich krieg so ne Scheiße hier blutrot blutrot ich geb dir blutrot man geht doch mal lieber links oder rechts nehmen äh links oder rechts äh rechts oder in der Mitte nehmen sollen so dann würde ich sagen das war's für die erste Folge ich hoffe das hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wenn es wieder heißt Payday 2 Tschüss Tschau Tschüss Tschüss